Die Sendung wurde live untertitelt. Ich kann Sie doch nicht einfach so gehen lassen. Sie können sich nicht mehr daran erinnern, warum Sie hergekommen sind? Einige Leute kenne ich von irgendwoher. Erinnern Sie sich an Ihre Familie? Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon mal begegnet sind. Ich habe ständig diese Visionen und ich fürchte, sie werden wahr. Aristobulus nannte sie die Schaulustigen. Sie erscheinen immer wieder an Orten, an denen sich menschliche Tragödien ereignen. Ich weiß, wer diese Leute sind. Oh mein Gott. Charisty! Untertitelung des ZDF für funk, 2017